Und da sind wir auch schon wieder, der nächste Part, sofort im Anschluss. Das erste Bild schafft und mit meinem unglaublich Goofy-haften Partner. Oh, willst du das vorlesen? Ihr gemeinen Kerle, sagt mir sofort, wohin ihr unsere Freunde verschleppt habt. Oh, der Pirat hat was gesagt. Ich wollte eigentlich Goofy weiterdrücken, weil er so lange gebraucht hat. Oh, da sind schon gleich Gegner. Zack, ja, ich mache weniger Schaden. Siehst du, du brauchst ein Fass und ich brauche gleich zwei Fässer. Und wir haben null Leben, beide? Oh Gott. Ja, haben wir gerade beide. Dankeschön. Immer doch, ich habe gedacht, du brauchst noch ein Fass. Do a Barrel Roll. Barrels. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Haben, haben, haben. Arschloch. Danke. So viel zum Thema Teamwork in diesem Let's Play. Okay, können wir diese Säckchen? Nee. Okay. Reden wir doch mit diesem lustigen Inselbewohner. Sieh doch nur, was sie mit meiner Farm gemacht haben. Ich wünschte, Käpt'n Carlo wäre in der Wahl geblieben. Käpt'n Carlo und Kater Carlo. Zufall. Oh, Jesus Christus. Okay, nee, das ist nicht schwer. Oh mein Gott. Greifen wir an. Ja. Hier, das ist der Challenge-Mode. Ist nicht schwer. Das kommt da hin. Oh Mann. Ja, schön. Ach nee, aber das macht nix. Oder doch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Doch, eigentlich schon. Oh Mann. Oh, wie nervig. Ähm, warte. War mir ich jetzt so was... Den nach vorne, genau. Oh Mann, und... Nein! Nein, nicht! Eben nicht! Wir müssen wieder zurück. Wieso? Weil wir den rechten hier hätten so rüberkicken müssen, damit da bei dem einen stehen blieb. Oh, scheiße. Sorry, mein Kontrollerspackt schon wieder ab. Okay, genau. Hier nach links. Genau, der nach oben. Und jetzt kommt der ganz linke, wird nach rechts gekickt. Ja, ich versuch's. Hier flammendes Inferno und nach oben. Was hab ich denn jetzt getreten? Zack. Dann kommst du. Goofy. Goofy. Ja, sorry. Goofy, doof, doof. Ich fühl mich grad so richtig wie Goofy. Oh, ja, ja. Das werden sehr lange Puzzle-Einlagen. Irgendwie schon. So, ja, okay, sie tun weh. Bitte warten. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Ach, geht schon. Du hast nur noch ein Fiery Death vor dir. Los, los, los. Nein! Ehe! Wow, geschafft. Jetzt darf ich alleine weitermachen, Mensch. Die ganzen Hoffnungen beruhen auf mich. Okay. Wohin geht der Igel? Ach, toll. Sehr klug. Ah, ich bin wieder da. So. Du hast den Enter-Haken jetzt. Bei dem musst du gedrückt halten. Dann fliegt er weiter. So. Zack. Okay, den Dicken machst du. Und er wird episch. Bam! So, haben wir hier irgendwie Leben? Nein. Danke. Oh. Bitte. Aber du hast den Blumentopf noch. Wunderschön. Äh, nach links. Ja, würde ich sagen. Okay. Oh, noch ein Rätsel. Ah, aber hier ist ein Holzbrett. Das heißt, wir sind richtig. Du kannst mit dem... Oh, die treten. ...dein Enter-Haken kannst du auch Fässer ranholen. Also... Ja, aber solange sie noch erreichbar sind. Hm. Ja. Gut, dann nehme ich wohl. Oder übel. Oh! Erwischt. Das... Dinkst du hier? Na, hau ihn kaputt. Oh, das war knapp. Ach, was. Ich hab's mit dem Enter-Haken. Okay, hier gibt's nix. Was gibt's oben? Schlange. Ah, okay. Schlange, die machst du. Alter! Alter! Skill! Jetzt hast du zwei Items. Und ich renn weg, weil ich nichts zum Wehren hab. Drücke Start. Doch, doch. Du hast einen Enter-Haken. Ja, du kannst. Jetzt habe ich meinen Enter-Haken. Ne, ich behalte mein Holzbrett. Oh, hoppla. Scheiße. Oh, dieser Controller. Wirklich. Ich hab schon mit jeglicher Software versucht. und Neukalibrierung, aber... Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Und bei mir funktioniert alles einfach frei. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, genauso wie mit dem Netplay. Du mit deiner komischen 1910-Steinzeit-Leitung... Ey, meine Leitung ist imbar! ...schaffst es eher, dass wir das Netplay zustande kriegen, wie ich mit meiner 16.000er. Das ist wirklich traurig. Au. Was sind denn das jetzt für Dinger? Ähm. Au. Ich glaub, die explodieren gleich. Ehrlich? Oder? Keine Ahnung, wir blinken so komisch. Ja, hau nochmal rauf. Au. Au. Es explodiert es dann richtig. Aber komm mal. Ähm. Au. Wenn Groofy dagegen tritt, sieht er ein bisschen aus wie Ghan. Ghan? Ach, Ghan. Ja, oder Ghan. Ja, ich sag Ghan. Ja gut, Hund, Hase. Fast dasselbe. Aber, äh, das Schmerz... Äh... Dings Gesicht sieht dann genauso aus wie bei ihm. Hoppla. Falle, die nicht wissen, wovon wir labern. Epic Fail Saga. Wunderschönes Spiel. Schaut es euch an. Spielt es selber. Das leider schon zu Ende ist. Oh. Nur eine Demo-Version. Äh, ist er noch in der Entwicklung, hat Ascheherz gesagt. Hier, ich lenke ihn mal für dich ab. Danke. Jetzt los. Team Burk. In den Anus. There is no eye in Team. Ah, perfekt. Wir sind sogar richtig. Haha. Sind wir nicht? Schwachsinn. Da ist der Schlüssel. Oh Gott. Ein kleiner Sinnbart. Nein. Hoppla. Niemand verletzt mich in meinem Imba-Move. Ah, warte. Nein, wir sind richtig. Schau dir das mal an. Hier, ein Haken. Und du hast so einen lustigen Greif-Dingsi. Probier mal. Mein Gaming-Sense. Ah. Äh. Nimm den Schlüssel. Hab ich. Fein. So, und dann wollen wir mal das Tor hier öffnen. Esam, öffne dich. Ah. Oh. Okay, die kann man nicht treten. Okay, oh mein Gott. Der hat den getreten grad, gell? Ja. So ein Hund. Äh, haben wir hier was zum Werfen? Nee, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen die so kaputt machen. So, das geht auch. Okay, den links da rüber. Den da. Okay, das ist alles sehr einfach eigentlich. Ohne groß. Ich bewege den hier mal. Ja, dann runter, genau. Und dann nach links und dann nochmal runter. Mhm. Also das war jetzt echt kein Hexenwerk. So, und den da oben noch. Mein Gott, weißt du, ich und Puzzle spiele. Ich habe schon das verrückte Labyrinth gehasst wie die Hölle. Hab nie gespielt. Ist sehr witzig, aber... Oh Gott. Noch ein Schlüssel? Haben wir nicht. Oh mein, oh man. Oh Gott. Goofy, mach was. Sehr gut. Ja, sterben. So, genau. Und diesmal einfach schnell durch, bevor die jetzt anfangen mit ihrem... Okay, noch machen die links. So. Go, go. Go, go, go. Ha, souverän geklärt. Also bitte ihr Standard, ja. Also, ne. Mhm. Okay, da haben wir den Greifer, den... Aber ich habe immer noch das Holzbrett und ich weiß nicht wofür. Komm, vielleicht gleich noch. Tschüss. Oh Gott, aua. Stirb. Hallo, Schwert. Tschüss, Schwert. So, nimm mal das. Alter. Double KO. Ja. Hast dich für mich geopfert, wie das ein guter Vater macht. Ja, Mann. Du Abschloch. Aber ich würde mal was probieren. Tu mal deine Pfoten hoch. Genau. Ha. Wusste ich. Verdammt. Äh, wir kommen hier nicht weiter. Du kannst aber deinen Greifhaken nehmen. Naja, habe ich gerade dran gebracht. Aber sonst haben wir hier nichts mehr. Ja, nicht wirklich. Aber immer... Wir haben was. Oh. Ja, sorry. Ah, schau mal, aber hier können wir schnell zurück. Was sehr gut, Goofy. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Der Held vom Erdbeerfeld. Oh Gott, hier ist aber Max dann voll gut, weil er schnell läuft. Ja gut, dann... Du kannst wieder Start drücken. Ich glaube, das ist immer nur beim ersten Wechsel. Oh, da wollte ich mir gerade was zu Tränken rausholen. Nö. Was soll das? Ähm, okay. Hilfe. Ach, sie tot! Oder so. Du hast mir den Blumentop weggenommen und daran bin ich gestorben! Ja genau, daran lag's am Blumentop. Ich wollte die eigentlich kaputt machen, ganz elegant. So. Ja, jetzt machen wir mal Geek und Zeek. Ach toll. Ach ne, den lieber nicht. Ja genau, weil jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ah! Ah, das haben wir schon gut geklärt. Sehr endlich klug. Nein, wieso? Die werden doch explodiert, dann werden sie auch weg. Hm, ne, nicht wenn sie beim zweiten Mal blinken. Doch, die... Was? Nein, den trittst du nicht. Ach, egal. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Meins. Im Alltempo. Mhm. Okay. Ah, du gehst voran. Du hast den Schlangenzerstörer. Du meinst wohl eher, ich hab die größere Schlange, aber gut. Äh, äh, nirrt. So, hier. Au! Ja, schon gut, wie ich auf den Witz gekommen bin, war schlecht, aber trotzdem. Die Idee war gut, aber die Welt noch nicht bereit. Die Idee war gut, aber Goofys Arme waren zu kurz. So. Hilfe! Hilfe! Ja, renn einfach mal rum. Ich nehme hier Banane. Brrrr! Brrrr! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich den mal holz. Ach, dies für dich. Jetzt hab ich den am Arm, um, 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 um. Bisschen Teamwork. Nimm das! Okay, dann nach oben. Viel Auswahl haben wir ja nicht mehr. Oh Gott, ich renne, ich renne, ich renne. Äh, hast du einen Haken? Ja, aber ich komm da nicht ran. Ja, da, ich mein da, rechts, hier, wo ich bin. Achso. Ja, schon so, okay. Und, tschakka! Du hast erst nicht gestorben. So, jetzt kommt mein Einsatz. So. Ähm. Warte, klug. Äh, du kannst doch... Wo ist dein Haken? Hallo? Den hab ich da hinten rechts benutzt. Oh. Oh, dann ist das jetzt wohl mein Item. Nö, nö, nö. Was bringt das überhaupt... Aber wie kommen wir da an die Schlüssel ran? Ähm. Mal überlegen. Ha. Ha. Kannst du den auch ranziehen? Ranziehen? Stimmt. Ähm. Zieh mal ran. Äh. Nein. Fuck. Hat's nicht. Äh, nochmal von vorne. Wir können sie zur Seite. Oh, oh. Dann ist das... Ach, das ist... Ja, ich dachte jetzt, das wäre irgendwie sowas wie unsichtbarer Wand oder so. Du hast verkackt, du läufst. Äh, bitte. B-b-b-b-b. Ja, verkackt, du läufst, äh. Bete, pete. Miez, 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 miez. Immerhin treffe ich den beim ersten Mal, richtig. Sodass er stirbt, im Gegensatz zu dir. Ja, du hast ja auch größere und längere Arme. Da wirkt das Hebel, die Hebelkraft viel, viel stärker. Hebelkraft? Ja. Je länger der Hebel, desto mehr Kraft wird entwickelt. Hast du nicht aufgepasst in Physik? Doch, aber das mit dem Arm hat auch wenig mit Hebel... Ach, egal. Oh, bei mir ist schon wieder... Das ist ein Let's Play, den ich in der Physik unterricht. Jetzt setzt mich die so unter Druck. Oh, Gott. Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt bin ich schon wieder fast wegen dir gestorben, danke? Ja! Du rennst auch immer in die Gegner rein. Ohne Witz. Du verdienst es nicht anders, wie von hinten genudelt zu werden. So. Wirst du nicht die Kirsche hier? Nö, wieso auch? Äh, nein. Brauche ich nicht. Ich bin zu imber dafür. Ähm, aber bei mir ist schon wieder elf Minuten rum. Also ist krass, wie schnell die Zeit vergeht immer. Vielleicht jetzt? Wir sind ja schon drei Parts, ach du Scheiße. Ja, Mann, was soll's. So, ähm. Wir kommen nicht vorbei. Hier, gell? Weil der lustige Hans hier. Oh, Gott. Hast du gepfiffen, oder? Nee, wir müssen zurück. Okay, stimmt. Dann mache ich hier mal wieder einen Cut. Und sag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mit Awesome Goofy, aka. Joggedorum Pielos. Und The Webbercat. Macht es gut. Ciao, ciao.